Die Zeit ist abgelaufen. Schade, schade, Schokolade. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam mal ein Playmobil-Spiel spielen und zwar keine App, sondern ein Browser-Game. Das findet ihr auf der Playmobil-Seite. Es nennt sich Livy und Luca Schulabenteuer. Ja, passend zu den neuen Schulsets von Playmobil, wir gehen mal direkt hier auf Play oder Spielen. Anleitung, in der Schule ist einiges durcheinander gekommen. Frau Fleißig hat deshalb Livy und Luca gebeten, sie bei der Suche nach den verlegten Sachen zu unterstützen. Hilf Livy und Luca bei der Suche. Auf dem Notizblock wird angezeigt, welcher Gegenstand gesucht wird. Mit Hilfe der Pfeile bewegst du dich von Raum zu Raum. Ah, wir gehen also durch die Schule durch, klicke auf den versteckten Gegenstand. Okay, fangen wir mal an. Ist das ein Taschenrechner oder so? Ich weiß nicht, was es sein könnte. Könnte schon auch eine Trillerpfeife sein, ich weiß es noch nicht genau. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal suchen. Hier sehe ich es auf jeden Fall noch nicht. Es ist also wirklich ein Suchspiel. Oh, hier vielleicht? Oh, wir können auch nach oben gehen, das habe ich gar nicht gesehen. Hm, wo ist der versteckte Gegenstand? Oder der gesuchte Gegenstand? Die Zeit ist abgelaufen. Zeig das versteckt, wo war es? Ja, in dem Raum war ich leider noch nicht. Na gut. Ich bin zu langsam gewesen. Schade, schade, Schokolade. Kann ich jetzt eigentlich noch weiterspielen? Findet sich der Gegenstand vielleicht wieder hier? Nein? Oh, ich muss ihn wahrscheinlich in einem anderen Raum suchen. Ihr könnt übrigens mitsuchen und mitraten, falls ihr diesen vermissten Gegenstand irgendwo seht. Ach, da ist er. Perfekt. Das war ein Tablet. Jetzt weiß ich es. Hier wird ein Apfel gesucht. Da ist einer. Das war einfach. Eine Brotdose ist das, glaube ich. Wo ist die Brotdose? In der Turnhalle ist sie nicht. Ach, doch, da ist sie. Ich bin fast dran vorbeigeklickt oder vorbeigelaufen. Eine Cap wird gesucht. Im Biologieunterricht sehe ich sie auf jeden Fall nicht. Beim Schulkiosk sehe ich sie auch nicht. Und in der Turnhalle sehe ich sie auch nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein Stockwerk nach oben. Im Laptopraum kann ich die Cap auch nicht sehen. Und hier auch nicht. Oh, oh. Ich bin, glaube ich, wieder zu langsam, Leute. Oder ich bin einfach... Zeit ist abgelaufen. Zeige das Versteck. Ach, da unten. Also das war wirklich Versteck. Da habe ich gar nicht hingeschaut. Da müssen wir die Cap nochmal suchen. Und wir haben sie direkt gefunden. Blau auf blau. Auch ein bisschen tricky. Aber ich glaube, wenn man sie das erste Mal nicht gefunden hat, dann wird es beim zweiten Mal ein bisschen einfacher. Ein Schmetterling. In der Turnhalle ist er nicht. Hier ist er. Passt auch zur Biologie. Einen Fußball suchen wir. Und da ist der Fußball auch schon. Alle Objekte gefunden. Zur Urkunde oder nochmal spielen. Da ist übrigens ein Gewinnspiel quasi mit verknüpft. Also da könnt ihr daran teilnehmen. Wenn ihr, glaube ich, Sets von Playmobil gewinnen möchtet, dann spielt das Spiel. Lasst euch die Urkunde ausstellen. Ich möchte jetzt die Playmobil-Sets nicht haben. Dann lasse ich euch den Vortritt. Und ich glaube, das war es auch schon. Wir könnten jetzt nochmal weitersuchen. Hier nochmal in Vollbild, wenn man will. Und ich denke mal, die Gegenstände, die wir suchen müssen, wären jetzt andere. Aber vom Prinzip her ist es immer das Gleiche. Also ein Suchspiel. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!